Die Top 5 Marshall Bluetooth Kopfhörer in-Ear, unsere Favoriten. Ich habe die JBL Wave 200 TWS True Wireless in-Ear Bluetooth Kopfhörer in schwarz seit ein paar Wochen benutzt und bin wirklich beeindruckt. Sie haben eine ausgezeichnete Klangqualität und das integrierte Mikrofon funktioniert einwandfrei. Die Verbindung mit meinem Smartphone ist sehr schnell und einfach herzustellen und die Musik-Streaming-Leistung ist wirklich bemerkenswert, bis zu 20 Stunden Laufzeit. Das Ladecase ist auch sehr praktisch und kompakt, sodass ich die Kopfhörer problemlos in meiner Tasche aufbewahren kann. Insgesamt würde ich sagen, dass diese Kopfhörer ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und ich sie jedem empfehlen würde, der auf der Suche nach kabellosen Ohrhörern mit gutem Klang ist. Ich bin absolut begeistert von den JBL Tune 230 Nc-TWS Kopfhörern. Die Wasserfestigkeit ist ein fantastisches Feature, das mir den Gebrauch bei jedem Wetter erlaubt. Die kabellose Funktion ist ebenso toll und die Noise-Canceling-Technologie ist eine hervorragende Ergänzung, die einen klareren Sound ermöglicht. Die Kopfhörer sind leicht und bequem, zusätzlich zu ihrer längeren Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden. Die blaue Farbe ist auch sehr hübsch. Ich würde diese Kopfhörer jedem empfehlen, der ein qualitativ hochwertiges Audio-Erlebnis sucht. Ich habe die Sony WF-1000XM4 True Wireless Noise Cancelling Kopfhörer gekauft und bin sehr zufrieden mit ihnen. Der Sound ist kristallklar und die Geräuschunterdrückung funktioniert wunderbar, egal ob in der U-Bahn oder in einer lauten Umgebung. Die Kopfhörer sind auch sehr bequem und passen gut in meine Ohren. Die Akkulaufzeit ist beeindruckend und ich kann sie den ganzen Tag lang tragen, ohne sie aufladen zu müssen. Die Bluetooth-Verbindung ist stabil und ich hatte keine Probleme damit. Die Integration mit Alexa und Google Assistant funktioniert reibungslos und die Freisprecheinrichtung ist sehr praktisch. Insgesamt würde ich diese Kopfhörer auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem JBL Wave 300 TWS True Wireless In-Ear Bluetooth Kopfhörer. Der Klang ist unglaublich klar und kraftvoll und es ist so bequem, sie ohne Kabel herumlaufen zu lassen. Das integrierte Mikrofon funktioniert einwandfrei und ich hatte keine Probleme, Anrufe entgegenzunehmen oder meine Stimme während Telefonkonferenzen zu übertragen. Die Batterielebensdauer ist auch beeindruckend und ich kann Musik bis zu 26 Stunden ohne Unterbrechung streamen. Das Ladecase ist eine großartige Ergänzung und lädt die Ohrhörer schnell auf, wenn ich sie nicht benutze. Ich würde diese Ohrhörer jedem empfehlen, der nach kabellosen und hochwertigen Kopfhörern sucht. Ich habe die Marshall Motiv ANC True Wireless In-Ear Ohrhörer ausprobiert und bin wirklich beeindruckt von der Geräuschunterdrückungsfunktion. Es fühlt sich fast so an, als würde ich in einer völlig anderen Welt leben, ohne dass es auch nur das geringste Rauschen gibt. Außerdem sind sie bequem zu tragen und halten gut im Ohr, auch beim Laufen oder im Fitnessstudio. Die Akkulaufzeit von 20 Stunden ist ebenfalls beeindruckend. Der einzige Nachteil ist der etwas höhere Preis im Vergleich zu anderen kabellosen Ohrhörern, aber die Qualität des Produkts rechtfertigt dies meiner Meinung nach. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde es anderen empfehlen, die auf der Suche nach hochwertigen kabellosen Ohrhörern mit hervorragender Geräuschunterdrückung sind. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.